Und das allerbeste kommt erst noch. Ihr müsst dafür nichts flashen und dann drücken wir hier einmal auf Update. Jetzt sucht ihr nach Home Assistant Servern hier in meinem WLAN. Das heißt, ihr könnt ins Home Assistant gehen, könnt dann hier eure Einstellung vornehmen. Also dann habt ihr auch so eine Saugroboter-Karte hier auf dem Chili-Wall-Display und könnt dann auch hier zum Beispiel weitere Lieder mir anhören. Hallo Leute, schön, dass ihr angeschaltet habt. In dieser Folge zeige ich euch, wie ihr Home Assistant über das Chili-Wall-Display steuern könnt. Und das allerbeste kommt erst noch. Ihr müsst dafür nichts flashen, keine Custom-Firmware oder sonst was installieren, sondern wir installieren das direkt über das Chili-Wall-Display drauf und dann könnt ihr eure ganzen Dashboards, die ihr in Home Assistant habt, auch über das Chili-Wall-Display steuern. Wie cool ist das denn? Und somit bringen wir das Chili-Wall-Display auf das nächste Level und ich denke, jetzt habe ich euch heiß genug gemacht. Wenn ihr solch Folgen, solchen Content zukünftig nicht verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, abonniert den Kanal. Ansonsten viel zu viel gequatscht. Film ab! Doch bevor wir hier ins Video reinspringen, ganz kurzer Hinweis. Wenn ihr mehr Infos über das Chili-Wall-Display haben möchtet und über die generellen Funktionalitäten, dann schaut auf jeden Fall das Video rechts. Dann habt ihr schon mal einen Blick, was dieses Wall-Display alles kann. Und wenn ihr mehr über das neuste, größte Update vom Chili-Wall-Display erfahren möchtet, auch oben rechts, dort kamen so Sachen wie Wetterkarte, Musikkarte, Radiokarte, Bluetooth-Lautsprecher und viele weitere Funktionen ins Chili-Wall-Display rein. So, das reicht jetzt. Ab ins Home Assistant mit dem Chili-Wall-Display. Als ich das Video hier für euch aufgenommen habe, habe ich mir natürlich Gedanken über die Videofrage gemacht. Und die Videofrage in dieser Folge ist, seid ihr eher der Typ Display und macht das gerne alles über kleine oder große Displays bei euch zu Hause und in der Wohnung? Oder seid ihr der Typ Taster, Schalter und macht das gerne über physische Tasten, physische Schalter? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, wer hier wieder das Rennen macht. Kurzer Hinweis hier für euch. Das Video nehme ich jetzt Anfang Oktober 2024 auf. Und um jetzt Home Assistant hier drauf zu bekommen, brauche ich die Beta. Es kann sein, dass in einem halben Jahr oder in einem Jahr schon diese Funktionalität in einer stabilen Version ausgeliefert wurde. Um jetzt hier die Beta drauf zu bekommen, kann ich das aber nicht über die Einstellungen machen, sondern ich muss hier über die Webschnittstelle. Und das machen wir jetzt und wechseln kurz mal hier den Ort. Wie ihr sehen könnt, bin ich bereits auf der Web-Bereich von Chili-Wall-Display und hier seht ihr die IP-Adresse von meinem Wall-Display bei meinem Router. Ihr müsst es bei euch herausfinden. Wenn ihr das nicht wisst, das Ganze könnt ihr über die Chili-App machen. Ich blende es euch mal kurz rechts ein. Geht einfach in das Gerät rein, in die Einstellungen und dann unten zur Gerätinformation und dann habt ihr dort schon die IP. Und dann landet ihr hier auf dieser Oberfläche und könnt dann hier direkt weitermachen. Hier auf dieser Web-Oberfläche gehen wir jetzt zu Settings und dann hier etwas weiter unten zur Firmware. Dort, habt ihr schon gesehen, hat es einen automatischen Check gemacht. Ansonsten könnt ihr auch bei Check again drücken und sehen hier derzeit die Beta 3. und dann drücken wir hier einmal auf Update. Ich lasse das einmal durchlaufen und dann machen wir direkt beim Display weiter. Nach mehrmaligem Restart des Chili-Wall-Displays ist jetzt die Firma Version 2.3.0 Beta 3 installiert und somit ist alles erfolgreich. Wir könnten auch zurück wieder auf die stabile Version, aber das wollen wir nicht. Also springen jetzt drüber zum Wall-Display. Nach der Installation der Beta gehen wir einmal zu den Einstellungen und dann gehen wir hier zu Netzwerk und dann scrollt ihr etwas weiter runter und habt den Punkt Home Assistant. Dort drückt ihr bitte einmal drauf. Jetzt bekommen wir hier so ein Pop-Up, dass das System dafür noch nicht vorbereitet wurde und ob wir das aktualisieren möchten, wir sagen ja. Jetzt lasse ich das einmal im Schnelldurchgang für euch durchlaufen. Nutzen wir die Zeit doch sinnvoll, während das System lädt. Lasst doch ein Abo da, ein Like und wenn solche Videos zukünftig nicht zu verpassen, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer einen Hinweis, sobald ein neues Video zur Verfügung steht. Wir danken euch schon mal im Voraus. Viel Spaß mit dem Video. Die Aktualisierung ist jetzt hier durchgelaufen. Wir gehen einmal in die Einstellung, dann gehen wir hier zu Netzwerk und gehen dann hier unten zu Home Assistant. Jetzt sucht er nach Home Assistant Servern hier in meinem WLAN und findet auch zwei Stück. Ich könnte auch eins manuell hinzufügen, dann gebe ich hier die IP-Adresse ein, aber das brauche ich jetzt nicht. Ich wähle hier Home 2 aus, das wird jetzt hier bestätigt und drücke ich hier einmal auf Speichern. Jetzt startet das Wall Display einmal neu. Nach dem Neustart sehen wir jetzt hier unten das Home Assistant Logo und dort drücken wir einmal drauf. Jetzt haben wir hier den Startbildschirm von Home Assistant und geben hier einmal unser Benutzernamen und Passwort ein, aber ansonsten ist der Rest so wie wir es kennen. Das mache ich jetzt einmal für euch, um mich dann hier einzuloggen. Jetzt lockt er sich hier ins Home Assistant ein und lädt die Daten einmal. Ihr könnt immer hier zwischen diesen Oberflächen springen, ohne einen Neustart. Das heißt, ihr könnt ins Home Assistant gehen, könnt dann hier eure Einstellung vornehmen und könnt dann hier wieder zurück in das Chili Wall Display und hier das Ganze dann wieder drüber steuern, euer Thermostat und so weiter. Nur für euch zur Info, das Ganze geschieht ohne Neustart und wie ihr seht, der springt da relativ schnell zwischen den zwei Oberflächen hin und her. Das Tolle ist, ihr habt vielleicht eben gesehen, eben hat man noch oben die Leisten gesehen, aber jetzt sieht man sie nicht, weil ich habe hier den Kiosk Mode. Das heißt, denkt daran, den Kiosk Mode zu aktivieren. Schaut das Video oben rechts an, so gegen Ende. Ich habe Kapitelmarken und dann könnt ihr dort den Kiosk Mode für euer Dashboard hier aktivieren. Das ist jetzt mein Standard-Dashboard. Das könnte ich jetzt, wie ihr sehen könnt, hier über das Chili Wall Display steuern. Ich werde aber einmal das Dashboard hier austauschen, weil ich habe eins speziell für euch vorbereitet, wo ich durch unterschiedliche Karten mit euch durchgehen möchte. Deshalb Augenblick. Hier sind wir nun auf der Oberfläche, welche ich für dieses Video vorbereitet habe. Und hier seht ihr schon direkt die Powerflow Card Plus. Wie ihr sehen könnt, hängt das ein bisschen. Da muss man einfach nur ein bisschen an der Performance hier von der Schnittstelle von Home Assistant zum Chili Wall Display ein bisschen arbeiten. Aber nichtsdestotrotz kann man hier alle Werte sehen und hat dann auf einen Blick hier im Chili Wall Display, was zu Hause gerade möglich ist. Und das ist ziemlich cool. Ich könnte auch rein theoretisch über diesen Link zum Energie-Dashboard abspringen. Und wie ihr seht, er lädt dann hier immer so ein bisschen. Jetzt baut er das alles etwas auf. Ihr seht, also es ist noch etwas ruckelig, würde man sagen. Habe dann aber auch hier meine Information vom Energie-Dashboard. Und ich habe jetzt eben versucht, so die rechte Seite davon zu sehen, aber das schneidet er mir jetzt gerade ab. Also, okay, hier sehe ich jetzt die Energieverteilung. Das wollte ich jetzt sehen. Also das funktioniert auch. Kann man auch machen. Wunderbar. Jetzt gehen wir einmal wieder zurück. Und wenn ihr mehr über die Powerflow Card Plus erfahren möchtet, oben rechts das Video dazu, dann könnt ihr das auch hier so aufsetzen, wie ich mit vier individual und auch hier mit einem Link zum Energie-Dashboard und so weiter. Ist eine ziemlich coole Karte und kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Auch bereits mit Balkonkraftwerken nutzbar. Ihr müsst dafür nicht eine große PV-Anlage haben. Kommen wir jetzt zur nächsten Karte. Hier habe ich jetzt speziell für euch die Kamerabilder etwas größer gemacht. Einfach, dass ihr seht, wenn das in einer normalen Größe ist, wie das dann hier auf dem Chili Wall Display wirkt. Und ich persönlich finde, das ist phänomenal. Die Auflösung ist gestochen scharf. Man kann hier wirklich alles erkennen. Und das ist doch toll. Wie findet ihr das? Da würde mich hier eure Meinung interessieren. Hier mit diesem Kamera-Feed. Schreibt mir das gerne einfach in die Kommentare. Dann tauschen wir uns mal aus. Weiter unten habe ich jetzt hier für euch Pflanzenkarten gemacht. Wenn ihr einen sehr starken grünen Daumen habt, dann würde das Ganze hier auf dem Chili Wall Display so aussehen. Und wenn ihr die Pflanzenkarte möchtet, auch dazu oben rechts. Gebt bereits ein Video dazu. Und stellt euch vor, ihr habt jetzt hier 10, 20 Pflanzen. Könnt ihr das auch auf unterschiedlichen Seiten verteilen. Dann könnt ihr das einmal durchgehen und wüsstet dann sofort, was zu machen ist. Oder wenn ihr einen Gärtner habt, der könnte auch einfach mal schnell sich das anschauen und sagen, hey, alles klar, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Düngen, gießen und so weiter. Als nächstes habe ich ein weiteres Schmankerl für euch. Und zwar habe ich hier für euch die Saugroboter-Karte, wenn ich sie hochgezogen bekommen würde. So, diese Saugroboter-Karte habe ich hier selber gebaut. Dazu gibt es auch ein Video oben rechts. Gönnt euch das. Und dann könnte ich hier auch die einzelnen Räume hier anklicken, die einzelnen Bereiche und könnte dann den Staubsauger dort hinschicken. Ich könnte natürlich auch, wie ihr seht, hier, wenn ich Rooms mache, auch selber dann hier Bereiche definieren. Ich schaue mal, ob das geht. Ja, das geht. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, alles klar, bitte sauge, wische in diesem Bereich. Könnt dann auf Start drücken und dann würde er das machen. Also dann habt ihr auch so eine Saugroboter-Karte hier auf dem Chili-Wall-Display. Leute, wie cool ist das denn? Was will man denn mehr? Echt cool. Seht hier sogar die Status und auch den Filter, Batterie. Alles wunderbar. Und wo wir bei Robotern sind, habe ich auch hier einmal den MIR-Roboter reingepackt. Auch dazu das Video oben rechts. Und das könnte ich jetzt vielleicht hier auch ansteuern und könnte hier den MIR-Roboter dann zum Arbeiten schicken. Seht dann auch hier eigentlich sehr gestochen scharf, die Batterieanzeige, die WLAN-Qualität und könnte dann auch hier über die Knöpfe dann hier unten weitere Einstellungen dann vornehmen. Gehen wir hier direkt weiter. Wenn euer Auto anbindbar ist ins Home Assistant, dazu habe ich auch für euch ein Video gemacht, dann könntet ihr auch zum Beispiel das Auto hier über das Chili-Wall-Display aussteuern. Könntet das aufschließen, abschließen, die Klimaanlageheizung an ausmachen. Dann würdet ihr den Reifendruck sehen und weitere Parameter, die ihr euch dann selber definiert habt. Also, ich denke auch das ist ziemlich cool. Und wenn wir nochmal etwas weiter runter gehen, habe ich euch so eine Custom Card, einfach wo ihr dann seht, wo man Temperatur und Feuchtigkeit in einem Raum sehen könnte. Das ist jetzt keine Standardkarte. Und wenn ich noch weiter runter gehe, habe ich euch einfach mal normale Schaltflächen gemacht. Einfach einen Lichtschalter, was ich jetzt hier bedienen kann. Dann würde das angehen. Und ich könnte das dann, ich versuche das mal zu dimmen. Dimmbar wäre das dann auch über das Chili-Wall-Display. Wunderbar. Und das Sofa-Lowboard hat sogar RGBW. Dann gucke ich mal, ob ich hier auch eine andere Farbe angesteuert bekomme. Also, dann könnt ihr auch andere Farben dort ansteuern. Also, auch das würde gehen. Top. Und ich könnte natürlich zum Beispiel diese Rouladen hier zum Beispiel drüber steuern, wen ich hier Knöpfe hätte. Könnte ich das natürlich auch machen, aber ich habe jetzt so Schieberegler. Nur für euch zur Info. Und jetzt kommen wir zum letzten, und zwar zu Spotify. Und könnt dann auch hier zum Beispiel weitere Lieder mir anhören. Und jetzt schauen wir mal, ob ich auch auf meine Playlist Zugriff habe oder zu Künstler. Es hat jetzt zwar etwas gedauert, aber ich könnte jetzt hier in meine Playlist abspringen oder auch andere Optionen, die ihr hier kennt. Und könnt dann hier das Ganze hier ansteuern. Und gehen wir mal hier einmal in Categories rein. Und könnt dann jetzt hier in weitere Kategorien abspringen. Und last but not least, könntet ihr auch zum Beispiel darüber eure Thermostate in Home Assistant steuern. Und ich habe jetzt bewusst hier mehrere Thermostate angezeigt, damit ihr einfach so ein Gefühl bekommt. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel jetzt auch die Temperatur erhöhen. Und natürlich könnt ihr auch diesen Drehkreisregler benutzen. Ich schaue mal, ob ich das... So, da seht ihr, da geht es auch hier. Aber klar, mit diesem Stift, den ich gerade in der Hand habe, ist das etwas schwieriger. Aber es geht. Und dann könnt ihr damit auch alle eure Thermostate zum Beispiel an einem Display bei euch zu Hause steuern. Also, Leute, wenn das nicht mega ist. Also, das alles würde gehen und wäre möglich. Aber ihr seht, hier und dort könnte die Performance auf jeden Fall besser sein. Aber das ist ja für mich, beziehungsweise in diesem Video für euch stückweit auch hier auf dieser Karte, so eine Machbarkeitsstudie, was hier alles möglich ist und wie das Ganze aussehen würde. Und von daher ist es, denke ich, total okay. Man muss das Ganze nicht so überlagern und kann dann natürlich auch ganz normal seine Raumkarten hier nutzen. Ja, das war es auch schon. Ihr seid um Ordnung gekommen. Kommt zum Fazit, hier Home Assistant mit dem Shelly Wall Display zu steuern. Naja, und der Elefant im Raum ist natürlich die Performance. Man muss aber dazu auch stückweit sagen, dass es noch in der Beta ist. Und das bedeutet, die Entwicklerinnen und Entwickler haben jetzt noch die Möglichkeit, daran zu feilen und die Performance zu verbessern. Aber nichtsdestotrotz, es könnte auf jeden Fall schneller sein. Aber wir beschweren uns hier auf einem ganz hohen Niveau, denn das Coole ist, wir mussten nichts flashen, wir mussten nicht irgendwelche Custom-Firmwares auf irgendwelchen dubiosen Seiten runterladen und das Ganze ging nativ direkt aus dem Gerät beziehungsweise aus der Webschnittstelle des Gerätes heraus. Wie cool ist das denn? Deshalb denke ich, werden jetzt Shelly Wall Displays gerade auf Amazon, Ebay und so weiter sehr begehrt sein, weil das natürlich eine sehr coole Funktion ist, individuelle Dashboards in Räume, Gebäuden, Flächen jetzt darstellen zu können mit individuellen Knöpfen und das ist einfach nur mega cool, Leute. Das ist zumindest meine Meinung. Wie steht ihr denn zu dieser Thematik? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich tausche mich gerne mit euch aus. Das Tolle ist, auf diesem Kanal wurden bisher alle Kommentare beantwortet. Leute, wenn das keine Motivation ist, ich weiß es auch nicht mehr. Und apropos, wisst ihr, wer gestern bei mir vorbeigekommen ist? Ihr ahnt es schon, es war der Algorithmus und wisst ihr, was er wollte? Likes. Und ich hatte nicht so viele übrig. Leute, haut auf die Tasten, sonst schmeißt ihr mich hier aus diesem Raum raus, dann kann ich keine Videos mehr aufnehmen. Das wäre doch sehr schade. Wenn ihr denkt, jemand anderes sollte sich unbedingt dieses Video anschauen, weil jetzt das Shelly Wall Display auf das nächste Level gehoben wurde, dann nehmt dieses Video, teilt es mit denjenigen und dann können die sich auch hier ein Bild darüber machen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal da ein. Bleibt mir gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut, ciao!